Hallo zusammen, das ist der Duke und hinten dran ist sein bester Freund Anura. Diese zwei sind unzertränglich. Seit Fohlen sind sie zusammen, beide sind jetzt 22. Wir sind das Lebenland zusammen und die machen auch alles zusammen. Der Duke hat alles Mögliche schon gemacht mit Kindern. Er hat unzähligen Kindern das Rit dabei gebracht. Er war eines meiner ersten Hipolini-Ponys. Das war unser Knudelbär. Mit dem Duke habe ich ganz viele Schoße gemacht. Er kann unzählige Zirkuskunststücke. Und auch etwas vom Liebsten, was er macht, ist an der Kutsche ziehen. Am Sölki habe ich ganz viel auch schon mit ihm gemacht. Jetzt hatten wir etwas weniger Zeit für das, aber sonst ist das eines seiner Lieblingsdisziplinen. Anura ist sein treuer Begleiter. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob die Duke Lust hat, um mit mir etwas zu machen. Das ist unser Duke. Tschüss zusammen. Das ist unser Duke. Tschüss zusammen. Das ist unser Duke. Das ist unser Duke. Das ist unser Duke. Das ist unser Duke.